Manche Prozesse laufen freiwillig ab, haben also einen Antrieb, andere haben das nicht. Wir werden heute sehen, wie wir mit ersten und zweiten Hauptsatz den Antrieb eines Prozesses voraus berechnen können. Hallo und herzlich willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Antrieb eines Prozesses oder Affinität. Wir werden sehen, dass die Affinität zwei Komponenten hat. Die Energie und die Entropie. Also können wir fragen, sind die Energie und oder die Entropie mit uns. Lassen Sie uns als Beispiel die Autoprotelyse von Wasser nehmen. Also die Spaltung von Wasser in H plus und OH minus. Hat dieser Prozess einen Antrieb? Wie sieht es hier mit der Energie und der Entropie aus? In der Thermodynamik haben wir die Größe U, die innere Energie, die sämtliche Energie in einem System zusammenfasst. Wo steckt diese Energie denn zum Beispiel in Wasser? Nun, die Wassermoleküle sind nicht in Ruhe, sondern sie haben Bewegungsenergie, Rotationsenergie, Oszillationsenergie. Außerdem haben wir Energien zwischen verschiedenen Molekülen und ganz wichtig, wir haben die Bindungsenergien zwischen den Atomen. All das sind Bestandteile der inneren Energie. Die innere Energie kann man absolut nicht messen, aber man kann die Änderung messen. Immer dann, wenn wir einem System Energie zuführen oder abführen, dann ändert sich die innere Energie. Zu- und Abfuhr können als Wärme Q oder als Arbeit W erfolgen. Wenn wir also Delta U für die Knallgasreaktion berechnen sollen, müssen wir einfach die Wärme- und Arbeitsbeträge addieren. Das sind für den reversiblen Fall diese drei Beträge. Es ergibt sich minus 564,6 Kilojoule. Besonders einfach wird die Gleichung, wenn die Arbeit gleich 0 ist. Und das ist dann der Fall, wenn das Volumen bei dem Prozess konstant bleibt. Volumenkonstant bedeutet keine Volumenarbeit. Die Wärme, die bei einem Isochorenprozess frei wird, ist identisch der Änderung der inneren Energie. Wenn sich bei isobaren Prozessen das Volumen ändert, haben wir immer auch eine Volumenarbeit, und zwar minus P mal Delta V. Das bedeutet, dass die Wärme, die wir messen, die isobare Wärme, plus die Volumenarbeit gleich Delta U ist. Wir können nach QP auflösen und erhalten dann Delta U plus P mal Delta V. Weil wir sehr häufig die isobare Wärme messen, hat man die Kombination U plus P mal V einfach in Enthalpie umbenannt. Die Enthalpie ist eine Kunstgröße, hat keine anschauliche Bedeutung, aber die Änderung der Enthalpie ist immer gleich der isobaren Wärme. Bei der Knallgasreaktion haben wir eine isobare Wärme von minus 572 Kilojoule. Das entspricht auch der Reaktionsenthalpie. Damit können wir den Steckbrief für die Enthalpie vervollständigen. Die Enthalpie ist ein Maß für den Energieinhalt, nützlich für die Anwendung des ersten Hauptsatzes. Gemessen werden kann die Enthalpie Änderung einfach über eine isobare Wärme QP. Immer dann, wenn isobare Wärmen auftreten, haben wir auch eine Enthalpie Änderung. Die Enthalpie ist also abhängig von der Temperatur, von der Phase und von der chemischen Struktur. Für den Nullpunkt der Enthalpie wurde festgesetzt, alle Elemente in der stabilsten Form haben bei 25 Grad die Enthalpie Null. Wenn wir in thermodynamischen Tabellen nachschauen, finden wir für die meisten Verbindungen negative Enthalpien. Das bedeutet, diese Verbindungen sind energieärmer als die Elemente. Die Enthalpie ändert sich immer dann, wenn isobare Wärme zu- oder abgeführt werden muss, also bei einer Temperaturänderung, bei einer Phasenänderung oder bei einer chemischen Reaktion. Wenn man hingegen zwei ideale Systeme mischt, wird keine Wärme frei oder aufgenommen. Das bedeutet, bei idealen Systemen gibt es keine Mischungs-Enthalpie. Wenn wir ein Mohl Eis bei 0 Grad in ein Mohl Wasser von 0 Grad überführen, brauchen wir dazu 6 Kilojoule. Wenn wir das flüssige Wasser danach verdampfen, brauchen wir weitere 45 Kilojoule. Wir könnten das Eis auch sofort verdampfen, dann brauchen wir die Summe dieser beiden Beträge, also 51 Kilojoule. Die Enthalpie Änderung ist also, wie bei jeder anderen Zustandsgrößenänderung, nicht wegabhängig. Diese Aussage hat als erstes Herr Hess getätigt, das ist der sogenannte Hess'sche Satz. Die Reaktions-Enthalpien sind wegunabhängig. Lassen Sie uns Wasser und seine Bestandteile in einem Enthalpie-Diagramm einzeichnen. Die Elemente H2 und O2 markieren das Null-Level, die Atome markieren einen deutlich energiereicheren Zustand und Wasser liegt energetisch relativ tief. Die blauen Pfeile sind sogenannte Bildungs-Enthalpien. Der blaue Pfeil nach unten ist die Bildungs-Enthalpie von Wasser, der nach oben die Bildungs-Enthalpie der Atome. Nach dem hessischen Satz können wir diese blauen Pfeile vektoriell addieren. Der rote Pfeil hier ist die Atomisierungs-Enthalpie von Wasser. Die Wärme, die man braucht, um Wassermoleküle komplett in die Atome zu spalten. Das entspräche 1850 Kilojoule. Diese 1850 Kilojoule werden umgekehrt wieder frei, wenn ich aus den Atomen zwei Wassermoleküle bilde. Das bedeutet, in diesem grünen Pfeil stecken viermal die Bindungs-Enthalpie der OH-Bindung. Bindungs-Enthalpien sind in der Regel Mittelwerte, darum stimmt die Gleichung ΔHad gleich Summe Bindungs-Enthalpie nur ungefähr. Mit den tabellierten Bildungs-Enthalpien können wir Reaktions-Wärmen berechnen. Wenn wir beispielsweise wissen wollen, wie viel Wärme frei wird oder verbraucht wird bei der Spaltung von Wasser in H+, OH-, zeichnen wir unseren Enthalpie-Diagramm. Hier haben wir die Elemente bei Null. Hier haben wir das Wasser, unser Edukt. Und hier haben wir H+, OH-, unsere Produkte. Die beiden blauen Pfeile sind die Bildungs-Enthalpien. Der rote Pfeil ist die Reaktions-Enthalpie von Edukt zu Produkten. Wir müssen das Ganze vektoriell betrachten. Die Reaktions-Enthalpie der rote Pfeil ist gleich der Bildungs-Enthalpie der Produkte, der lange blaue Pfeil, minus der Bildungs-Enthalpie der Edukte, der kurze blaue Pfeil. Wir erhalten hier plus 56 Kilojoule. Das bedeutet, die Autoprotolyse von Wasser ist Endotherm. Man müsste 56 Kilojoule investieren, um 1 Mol Wasser komplett zu 1 Mol H+, und 1 Mol OH- zu dissoziieren. Die Energie ist also offensichtlich nicht mit uns. Betrachten wir jetzt die Entropie. Aus dem Steckbrief der Entropie entnehmen wir, dass sie ein Maß für das Chaos ist. Es ist sinnvoll, diese Größe einzuführen, weil der zweite Hauptsatz damit leicht zu formulieren ist. Messen können wir die Entropieänderung nach Klausus als reversible Wärme durch die Temperatur. Die Entropie ist genau wie die Entropie von Temperatur, Phase und chemischer Struktur abhängig, aber zusätzlich noch von der Verdünnung. Auch bei idealen Systemen ist es so, dass mit der Verdünnung die Entropie zunimmt. Die Entropie hat einen absoluten Nullpunkt, also auch der dritte Hauptsatz, nämlich bei den reinen Kristallen bei 0 Kelvin. Infolgedessen sind in den Tabellenwerten für die Entropie praktisch nur positive Zahlen zu finden. Die Messung der Entropie nach Klausus geschieht über die reversible Wärme. Der Index reversibel ist mitunter sehr wichtig. Wenn wir die Knallgasreaktion spontan durchführen, haben wir zwar sehr viel Wärme, die frei wird, das ist aber nicht die reversible Wärme, die wir brauchen. Wir müssen die Knallgasreaktion über eine Brennstoffzelle laufen lassen, dann bekommen wir minus 98 Kilojoule, also reversible Wärme. Die setzen wir in die Klaususche Formel ein. Man kann die Entropie auch mit Ludwig Boltzmann messen über K mal LNW. W ist die thermodynamische Wahrscheinlichkeit. Diesen Weg wollen wir aber hier nicht beschreiten. Die Entropie ändert sich also immer, wenn wir reversible Wärme zu- oder abführen müssen. Bei Temperaturänderungen, bei Phasenänderungen und bei chemischen Reaktionen. Zusätzlich haben wir den Effekt, dass die Entropie sich beim Mischen vergrößert. Die entsprechende Formel ist hier angegeben. Reaktionsentropien errechnen wir genauso wie Reaktionsentalpien aus den Tabellenwerten. Unter Zuhilfenahme quasi des Satzes von Hess. Wir schauen uns die Produkte an und die Edukte hinsichtlich ihrer Entropie. und berechnen die Differenz zwischen diesen beiden Niveaus. Das bedeutet, bei unserem Prozess nimmt die Entropie stark ab. Also auch die Entropie ist gegen uns. Erster und zweiter Hauptsatz in der allgemeinen Formulierung betrachten wir das ganze Universum. Die Energie des Universums ist konstant. Die Entropie des Universums schreibt einem Maximum zu. Wenn wir nun Aussagen über die Stabilität des Systems treffen wollen, müssen wir uns auf Sonderfälle konzentrieren. Mr. Gibbs hat zum Beispiel für isotherme, isobare Vorgänge abgeleitet, dass bei diesen Vorgängen die Kombination h-t mal s nur abnehmen kann. Genau wie bei der Entropie nennt man auch diese Kombination um h-t mal s ist g, ist die freie Entropie. Die freie Entropie, die Kombination dieser drei Zustandsgrößen, kann nur abnehmen für ein System. Und damit ist es ein Maß für die Instabilität. Delta g kann nur abnehmen spontan, ist damit ein Maß für den Antrieb und hat zwei Komponenten, einmal eine energetische Delta h und einmal eine entropische t mal Delta s. Die freie Entropie eines Systems kann spontan nur abnehmen. Messen können wir die freie Entropie entweder indem wir eine reversible Arbeit messen oder sehr viel häufiger wird sie mit der Gibbs-Helmonds-Gleichung aus Delta h und Delta s berechnet. Freie Entropie hängt genau wie die Entropie von Temperatur, Phase, Struktur und Verdünnung ab und der Nullpunkt liegt bei den Elementen bei 25 Grad. Wenn wir uns diese Zahlen für die freie Entropie verschiedener Substanzen anschauen, können wir sofort sagen, flüssiges Wasser hat bei 25 Grad eine niedrigere freie Entropie als gasförmiges Wasser, ist also bei 25 Grad stabiler als gasförmiges Wasser. Wir können nun unseren Prozess thermodynamisch einigermaßen komplett charakterisieren. Bei der Autoprotolyse nimmt die Energie zu, der Prozess ist endotherm, die Energie ist nicht mit uns. Bei der Autoprotolyse nimmt die Entropie ab, der Prozess ist exotrop, die Entropie ist also auch nicht mit uns. Wenn wir alles zusammenfassen, sehen wir, dass die Instabilität ebenfalls zunehmt. Das bedeutet, die Produkte sind instabiler als die Edukte. Der Prozess ist als Ganzes endergonisch. Wasser wird sich niemals komplett in H- und OH- zersetzen. Das heißt aber nicht, dass der Prozess überhaupt nicht abläuft. Das nächste Mal werden wir die entsprechende Gleichgewichtskonstante berechnen. Fassen wir zusammen. Der erste und der zweite Hauptsatz sind Aussagen über die Energie und die Entropie im Universum. Wir können die Energie- und Entropieänderung während eines Prozesses messen oder auch mithilfe von Tabellenwerten berechnen. Aus diesen beiden Größen können wir die freie Enthalpie ermitteln mittels der Gibbs-Helmos-Gleichung. Und das ist nun ein Maß für die Instabilität, die uns sagt, ob ein Prozess komplett ablaufen kann oder nicht. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.